Ich wünschte, Speckles wäre hier. Ich liebe mein Bestes, Leute. Du machst das super, Juarez. Wir alle vermissen Specks. Aber wir packen das. Ich bin fast drauf. Wow! Die Kavallerie ist sowas von eingetroffen. Und weitere Sworteinheiten stürmen den ganzen Laden. Hier, Einheit 5. Wir haben Feindkontakt mit Saberling Haushaltsgeräten. Die Speisen weg, als Mr. Saber und seine feinen Freunde essen. Und diese ganzen Haushaltsgeräte? Das Essen bereitet sich fast von alleine zu. Sag das nicht, oder wir sind bald arbeitslos. Soll ich euch was sagen? Saber ist um zwei Köcher ärmer. Wird seine Waffe als Bonny als Sieber bratschen. Halt doch einer den Sieber, ob das Unwitz sein. Und der Sieber bratschen. Wird das Unwitz sein. Wird die Waffe als Sieber bratschen. Wird die Waffe als Sieber bratschen. Wird das Unwitz sein.